Salut! Ah, was für ein schöner Tag! Die Sonne scheint! Was kann man heute machen? Julie, Lucy und Simon sind drei Freunde und wollen etwas unternehmen, aber sie haben nicht die gleichen Hobbys. In diesem Video werden wir die Vokabeln lernen, mit denen man die Freizeitaktivitäten erklärt. Wir werden drei Themen anschneiden. Le Sport, la Musique, les Arts.